Heute lesen wir einen Brief der Bank zusammen. Informationsbogen für den Einleger Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir sind gemäß § 23a Absatz 1 des Kreditwesengesetzes verpflichtet, Sie jährlich mit dem beiliegenden Informationsbogen für den Einleger über die gesetzliche Einlagensicherung von grundsätzlich bis zu 100.000 Euro zu informieren. Über diese gesetzliche Einlagensicherung hinaus sind Ihre Einlagen durch die Sicherungseinrichtung des BVR geschützt. Unabhängig von der Einlagensicherung bleibt die Institutssicherung der genossenschaftlichen Finanzgruppe wie bisher bestehen. Deren Aufgabe ist es, Insolvenzen und somit Entschädigungsfälle zu vermeiden. Näheres siehe. Wir lesen erneut. Und beginnen jetzt. Informationsbogen für den Einleger Ihr wiederholt Informationsbogen für den Einleger Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde Wir sind gemäß § 23a Wir sind gemäß § 23a Absatz 1 des Kreditwesengesetzes Absatz 1 des Kreditwesengesetzes verpflichtet Sie jährlich mit dem beiliegenden Informationsbogen Sie jährlich mit dem beiliegenden Informationsbogen Für den Einleger über die gesetzliche Für den Einleger über die gesetzliche Einlagensicherung von grundsätzlich Einlagensicherung von grundsätzlich bis zu 100.000 Euro zu informieren Bis zu 100.000 Euro zu informieren Über diese gesetzliche Einlagensicherung Über diese gesetzliche Einlagensicherung Hinaus sind ihre Einlagen Hinaus sind ihre Einlagen Durch die Sicherungseinrichtung Durch die Sicherungseinrichtung des BVR geschützt Unabhängig von der Einlagensicherung Unabhängig von der Einlagensicherung Bleibt die Institutssicherung der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Genossenschaftlichen Finanzgruppe Wie bisher bestehen Wie bisher bestehen Deren Aufgabe ist es Deren Aufgabe ist es Insolvenzen und somit Entschädigungsfälle Insolvenzen und somit Entschädigungsfälle zu vermeiden Näheres siehe Näheres siehe